Hallo YouTube, hallo Abonnenten, ich bin es euer Miami Rice und ihr seid hier auf dem Kanal von DAF, was so viel heißt wie die Arschfatzen, Freunde. Genau. Party. Was ihr da im Hintergrund hört, ist Rauschen. Wir haben auch wieder unser Schleckermäulchen dabei, den Florian. So, wir waren gerade bei dem Thema, warum dein Bruder uns nicht mehr mag. Ja, er mag euch nicht mehr, mich ja. Naja, einen Bruder kann man sich ja nicht aussuchen, ne? Wenn ihr euch alles sinnlos kauft, ne? Das geht nicht mehr. Gate nicht mehr. Alles gibt ihn tot. Alles irgendwie mit Gate verbunden. Jetzt können wir mal einen Gate fallen. Wie geht's dir? Boah, ich hab ein Hammer-Profilbild gefunden. Was hast du ein Hammer-Profil? Hammer-Profilbild gerade gefunden, das Leben hier. Also, ich hab hier gerade, äh, dafür, dass ich jetzt mal so schnell noch was spielen will, ja. Also, man kann hier seinen Frust wirklich ein bisschen auch an den Frontsoldaten auslassen, ja? Ja, den kannst du so mal richtig schön in den Arsch treten, ins Gesicht treten. Treten! Jo, alle hintreten! Die stehen auch zu viert dran und merken's nicht dann, wenn einer nach dem anderen irgendwie getreten wird. Ich geh nur hinter dir und schaff, das nicht dich fertig zu machen, das ist irgendwie eigenartig. Ja, die Maps, die sind echt gut, muss ich schon sagen. Gute Grafik ist scheiße. Jetzt, wo die Karte an ist, kann man's ja mal sagen. Pass auf dir, Signal! Ist halt auf COD-Basis. Da kann man nicht so viel erwarten. Pssst, nicht so viel Technik, nicht so viel Technik! BAM! Nein, das ist dieselbe Schlampe, nur hat sie ein anderes Kleid an. Hey, das ist schön gesagt! Aber mal so gesehen, mag ich die Schlampe mit diesem Kleid. Das ist dieselbe Penderfotze, die hatten heute das erste Mal ein Kleid an. Ich muss aber sagen, die Penderfotze gefällt mir mehr. Wenn im nächsten Jahr Titanfall 2 rauskommt, dann weiß ich ja, was ich über das Spiel zu sagen habe. Na? Oder Titanfall war dann Warfare. Da kommen jetzt erstmal 5 Erweiterungen oder so. Nächsten halben Jahr bestimmt. Nein, du siehst mich nicht! Nein! Nein! Und tschüss! Hat jemand von euch das neue South Park Spiel schon gespielt? Nee, aber das gibt's ja auch grad nur auf der 360, wa? Hä? Ja, keine Ahnung, aber... Weil ich, ich würde es mir ja holen, auf der neuen... Weil ihr habt da schon echt Bock drauf, aber jetzt für die alte Kofschmier ja nischt mehr. BAM! Erstmal einer umgekickt. Achso! Ihr seid jetzt! Kann alle IMD-Einheiten! Wir sind der Miliz weit überlegen! Gute Arbeit! Weiter so! Achja, Youtube, wo ich noch sagen wollte, der, äh, Skate kann grad nicht mitspielen, weil... Weil ich das Spiel besucht und vom Mieter bekommen! Wieso oft? Nein! Natürlich ein Scherz! Oh, fuck! Das war gut! Ne, wollen wir nicht sehen! Aber Jan hier, hast du gehört? Ich hab nur 28 Euro jetzt gezahlt für Titanfall. Oh! Der Sprintz hat einen vollen Preis bezahlt! Ja, ich hab 70 Euro bezahlt! Er hat die Schlampe finanziert! Ich hätt für... Ich hätt für... Ich hätt für... Ich hätt für... Für diese miese Trafikbuch 120 bezahlt. Ich hab nur bezahlt, weil ihr dabei seid und weil ihr mitspielt. Jetzt hätt ich mir das niemals... Puppenfahren! Yeah! Puppenfahren geschaffen! Feinert! Und genauso werden wir auch Nadel verleiten! Nadel hat gar keine Wahl, sich das zu kaufen. Nadel hat gar keine Wahl, sich das zu kaufen. Nadel, den kriegen wir genauso. Weil alleine wird der nicht Battlefield spielen wollen. Jo! Jo! Titan Assist! Titan Assist! Wuh! 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 Die Schlampe gefällt mir besonders wie die tanzt! Absolut genial! Wie lange dauert denn noch das Tutorial? Kann ich das nicht überspringen oder so? Keine Ahnung! Es muss ja jeder... Es muss ja jeder geschult sein, ja? Sollen ja hier keine Noobs rumlofen! Keine Noobs rumlofen! Ich hab das ja schon in der Beta gespielt! Oh, das hätte man eigentlich anklicken können! Hast du das schon in der Beta gespielt? Äh... Ja, nein, kreuz sie an! Alles geht hier zu komplex! Da braucht man mindestens ein 10 Minuten Tutorial! Hier, da weg! Hier, da weg! Da hoch! Da hoch! Schnell rin! Schnell rin! Ne! Oh! Alter! Was macht er denn? Du Nuckenkind bist jetzt auf YouTube, Alter! Dann! Mir! Dann! Mir! Haben wir gewonnen? Geil! Jetzt muss er flüchten! Das Käptende Schwein! Was gefällt dir besser als Titan rumzulaufen oder so als normaler Tybi? Meinst du jetzt? Was findest du besser so als Titan oder als normaler Typ hier rumlaufen? Als normaler? Hansel ruf ich hier rum! Ey? Ich bin bisher nur in der EZ-Maldon-Vieh eigentlich Ding! Ich find das viel cooler im Treiben! Ja! Ihr seid noch jung! Ihr wisst nicht besser! Ich hab mich selbst weggerotzt! Ich hab mich selbst weggerotzt! Ey das kommt auf YouTube! So! So gefällt mir das ey! Mit der Rucksackladung ey! Ich komm damit noch nicht so zurecht! Er hockt da hinten ab wisst ihr! Ich hätt ihn eigentlich grad schön wegballern können! Ne! Ich will ihn mit dem Rucksack weggerotzen er! Mir ist auch schon ein paar mal passiert, dass ich mich selber getötet hab in der Beta! Und zwar bin ich da auf den Titan dann drauf gesprungen! Und dann hab dann halt mit dem Raketenwerfer reingeschossen! Und dann stirbt man dann ja auch selber! Naja wenigstens stirbt man nicht so oft wie im Battlefield hier! 10, 20 mal! Ich bin im Battlefield nie oft gestorben! Das war nur noch... Camper! Camper! So ich hab hier irgendwas freiges halten! Herausforderung! Ja habt ihr noch ein Wort an die Leute? Nein! Gut okay! Tschüss! Auch drin!